Nach 2019 darf ich Sie ganz herzlich begrüßen 2022 zu den bayerischen Highland Games. Hier zum zehnten Mal heute zum Jubiläum haben wir euch alle hier eingeladen und ich darf Sie im Markus-Wasmaier-Freilichsmuseum zu diesem tollen Anlass ganz herzlich begrüßen. Schottisches Wetter haben wir bestellt, schottisches Wetter haben wir bekommen, Gott sei Dank keinen Regen und ich glaube wir werden heute wahnsinnig viel Spaß haben, ich darf euch heute ein bisschen durchs Programm führen, aber Ehre, wem Ehre gebührt, dem Hausherrn, dem Markus-Wasmaier zu meinen Rechten, darf ich jetzt ganz kurz zum Begrüßungswort das Mikrofon überreichen. Ganz herzlichen Dank, wie schon erwähnt, das zehnte Mal, das ist aus der Geschichte passiert, falls das einer noch nicht weiß, 2010 haben wir das erste Mal einen Kulturaustausch mit den Schocken gemacht und natürlich, was fehlt bei denen, nicht nur der Kilt und die Tracht und der Tanz, sondern eben auch die Highland Games. Und somit haben wir über 50 Heavy Guys da gehabt, mit Drummers, mit Pipers, mit Tänzerinnen und das war so ein großes Erlebnis, dass seitdem bei uns das ein, ja, außer Corona, wenn kommt, ein Pflichttermin ist, um diese Games da stattzufinden lassen. Und dazu haben sich natürlich aus der bayerischen Geschichte viele, viele Glanz entwickelt und ich freue mich, dass ich euch jetzt da begrüßen kann, weil es war auch nicht die leichte Zeit, diese zwei Jahre, es sind bestimmt der eine oder andere vielleicht gar keine Zeit mehr gehabt und es freut mich, dass alle so zahlreich da seid, dass alle fit und es hat alle einen Blick drauf, der, ja, jetzt packen wir an.